So, hat jetzt auch lang genug gedauert und diesmal war ich schlauer und habe auch mal vorher abgespeichert. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe es irgendwie hingekriegt, noch schlechter als vorher abzuschneiden. Ich habe jetzt von meinen 15, wie ich vorher hatte. Ich habe es irgendwie hingekriegt, dass einfach noch weniger Leute da sind als vorher. Naja, gut. Hauptsache, ich habe jetzt eine Wache unten hingestellt. Ich soll wenigstens das machen, was eine Wache auch machen soll. Ich finde es ja witzig, dass der Anführer hier von der Gruppe einfach noch schlechter gelevelt ist als die anderen Kämpfer hier. Hauptsache, die Heilerin kämpft einfach wieder vorne mit, ey. Das ist so blöd, ey. Wir sind nur noch zwölf Leute, ne? Aber Prager ist gleich tot. Das ist das, was ich auf jeden Fall sehen möchte. Vorsicht, Gegner! Da kommt er ja, der Krager. Obwohl Prager sein älterer Bruder ist, bringt ihn jetzt einfach eiskalt um. Das wollte ich einfach mit ansehen. Ja, Prager hat gar keine Chance, wie Krager. Ah ne, Prager ist sogar der kleinere Bruder scheinbar. Auch von einem weißen Bart hat irgendwie. Man könnte natürlich so arschig sein. Und jetzt trotzdem da nach hinten gehen und dann auch noch Krager wegflexen. Aber so arschig würde ich dann doch nicht sein. Toll. Ob das ja mein Sehenfeld zerstört. Übrigens, hier unten habe ich jetzt auch mal besser aufgepasst. Hier steht jetzt nämlich nur alles. Ich weiß nämlich auch, dass die hier durchgebrochen sind. Deswegen habe ich hier nochmal stärker verteidigt. Die sollten jetzt dann nicht mehr so leicht durchkommen. Auf jeden Fall, das war alles, was ich euch zeigen wollte. Hat sich voll gelohnt, ich weiß, ne? Es sind schon noch elf. Es ist so traurig eigentlich. Und hier unten, die Angriffe werden immer kranker, ey. Langsam verstehe ich, warum du das schreit. Es sind zu viele. Es stimmt da auch ständig nochmal jemand bei mir hier. Als Wache. Das ist halt echt übel. Und das, obwohl das hier schon mega krass verteidigt ist. Also, viel Spaß, wenn du da mal ein bisschen unterlevelt bist, ne? Übrigens, wenn man jetzt da nach hinten geht, der wird auf ewig dein Feind sein. Und das ist halt wirklich absolut nicht wert. Es gibt welche, wo das machen. Waren aus Prinzip, aber ist mir ehrlich gesagt zu blöd. Was ist? Vor allem, weil Krager ja eigentlich ein ganz feiner Typ ist. Für eine Riechise auf jeden Fall. Habt ihr euren Feindstein? Ja, Krager hat wieder Stein. Danke, Menschling, für aufpassen. Ihr hoch anständig. Ja, ja. Hier, Krager hat ein kleines Stück aus Schatz genommen. Menschling soll haben als Dank. Also. Haben wir doch noch was bekommen vom Schatz von Bra hier. Indizierten Ring. Ja, gut. Hätten wir auch drauf verzichten können, weil das einfach nichts wert ist. Aber egal. Trotzdem hat es nett gemeint. Hatten wir ein Level ab? Ne, hatten wir nicht. Stimmt. Stimmt, stimmt. Stimmt, ich wollte auf große Kriegskunst acht Leveln. Stimmt. Übrigens ist es einer meiner Lieblingsstracks aus dem Game. So, und wir zerstören jetzt endlich mal dieses scheiß Lager hier. Das regt echt auf. Vor allem die Gegner kommen davon da. Von hier kommen ja auch teilweise die Gegner. Ja, wir sind in Gefahr. Ja, wir sind in Gefahr. Ja, wir sind in Gefahr. Und wir sind in Gefahr. Und wir sind auch zehn. Wenn es so weitergeht, dann stehe ich am Ende allein da. Das ist ein Hinterhalt. Das ist ein Hinterhalt. Da unten. Oh Gott. Das wurde aber noch einigermaßen abgewehrt, auch wenn es wieder ein paar Tote gab. Aber hier sind nur noch neun. Das ist so blöd eigentlich. Auslöschung Toll, ausgezeichnet Der Einzige, den es hätte erwischen können Er lebt natürlich noch Kann natürlich trotzdem noch die einen kleinen Teile durch Aber es wird jetzt weniger auf jeden Fall Boah, sind wieder viele Elfen gestorben, holy shit, alter Was geht denn eigentlich während meiner Abwesenheit ab? Auf meinen Befehl, mir nach Wie wir einfach nur noch acht Leute sind Folgt mir Übrigens, ich glaube, meine Wache Ah, nee, die müssen wir da sein in der Zwischenzeit Schnell Auch dieses Lager hier durch Und dann haben wir noch hier oben das eine Lager hier Und das ist Frank Das ist der Anführer des Lagers Vor allem, ne, die teilen sich mal so krass auf Und dann braucht man sich auch nicht wundern, wenn alle drauf gehen Ja, ich glaube, ich werde hier nachher aber allein da stehen Ja, wir sind noch fünf Leute Was soll ich tun? Was soll ich tun? Vorsicht, Kinder Zu den Höhen des Beines Rasch wie der Wind Weit auf der Hut Wir werden angegriffen Was soll ich tun? Los, Schwestern Ich fahre mir halt immer zum zweiten, dritten rauskommen, ne? Zu viele Befehl in Windeseile Los, Schwestern Vorsicht, Gegner Wohin soll ich gehen? Wir werden angegriffen Kommt ihr euch einfach mal um die Gebäude Ja, da kommen halt trotzdem noch so die paar kleinen Gruppen durch Hau doch auch drauf Das bugt manchmal so ekelhaft Weißt du, dann komm ich dazu Und schon wird das hier innerhalb von wenigen Sekunden runtergeschlagen Mir fällt gerade ein Ich könnte ja eventuell mal wieder meine Zeit reinmachen Na gut, das stimmt sowieso hinten vorne nicht mehr, aber egal Ups, das ist falsch Ich muss hier hinten durch Oder auch nicht, aber hier ist was Na gut, ganz so falsch war ich dann doch nicht Alter, das ist so traurig, wie klein eine Gruppe nur noch ist, ne? Was man ganz genau nimmt, könnte ich theoretisch mit der ganzen Elfen einhalten Und zwischen auch hier herrufen Und los Mir nach Eigentlich war keine schlechte Idee, dass ich dann mit der kompletten Armee dann nachher da nach oben renne Lauter kaputte Sachen Vorwärts Das Lager hier oben scheint nochmal härter zu sein, tatsächlich Sofort Mir nach Und da wir jetzt danach nämlich nichts mehr zu befürchten haben eigentlich Kann ich jetzt sicher ganz gemütlich meine Armee rausholen Was soll ich tun Schnell wie ein Pfeil Na komm Wir werden angegriffen Komplette Elfenarmee wird nämlich gleich dann zusammengezogen Und dann wird die los Gelaufen Irgendwo gibt's nochmal eine Dann laufen wir mal los, ne? Seid auf der Hut Solche langen Karawanen sind eigentlich der reine Selbstmord Los Schwestern Schnell wie ein Pfeil In Windeseile Rasch wie der Wind Seid auf der Hut Rasch wie der Wind Los Schwestern Was für Pilze fehlen wir eigentlich noch Schwefelkopf und Magenkrempel Vorwärts Schwestern Vorwärts Schwestern Was? In Windeseile Ah, hier geht's ja Hier geht der Weg lang Die Pilze muss ich halt auch noch alle suchen, ne? Gut, das ist aber natürlich auch noch nicht alles, ne? Schnell wie ein Pfeil Also ich bin mir sicher, hier oben gibt's noch einen Also ich bin mir sicher, dass Frank mindestens nur einen hat Und da gibt's ja nochmal eine Truhe mit einem Und dann gibt's nochmal irgendwo ne Truhe auf jeden Fall, wo es einen gibt Dafür brauche ich allerdings noch ne Truhe Äh, ne Truhe, genau Ne, äh, ne Schlüssel Und dann gibt's ja noch da diesen Mittelgang hier So, jetzt haben wir da ne richtige Armee, ey Auch wenn die hier ein bisschen verteilt ankommen, aber das ist egal Ich würde mal sagen, ich hab's ganz gut hingekriegt Meine Armee hier einigermaßen zu Also aufzubauen Und auch wenn's viele tote Elfen gab Sehr viele tote Elfen Muss ich sagen, bin ich ganz zufrieden mit meiner Armee Oh, die Shit, die haben nicht wirklich ne Möglichkeit Hier irgendwas zu machen Weil die Feuer einfach einfrieren Boah, die haben auch noch all den Zielschuss rein Mal sagen, es hat er Ich frage, dass er hier das Stärkste Troll, mit Stufe 12 Da kriegt ordentlich einer rein, erstmal Können wir aber vorstellen, dass der noch einen Schlüssel hat, weiß ich Boah, Alter, da kriegt erstmal direkt Eis rein Boah, da kommt direkt zu gar nichts, ey Der hat das ja nicht mehr sehen können Was da eigentlich passiert Ja gut, der stimmt natürlich gleich mal die ersten paar Ja gut, dann werden wir halt alle voll im Fahrkampf sind Und alle eine reinkriegen, dann ist das dann doof, ne Du könntest auch mal mitkämpfen, Junge Die ganzen Elfen kämpfe mehr leben Und dann kommst du, Junge Boah, das hat sie nicht verdient Die Elfen Ah, klar, hier haben wir ja noch die Schleuderei Das ist natürlich der einzige noch im Nahkampf Aber das haben wir ja schon klar Irgendwie, dass ich als einziger nach am Nahkampfende Schwefelkopf und Werber Speiling Ja gut Der Schwefelkopf war wenigstens neu Ah, Doide Adamantiumschlitter Krieger Adamantiumschlitter Adamantiumschlitter Gebraucht ne Scheik und Schwefelkopf Ja gut Irgendwie war das jetzt doch noch nicht so richtig Das, was mir noch gefehlt hat Fragt Torsnick nach dem Magenkrempel Alles klar Also wir konnten doch nicht alles finden Das meiste, aber nicht alles Einer hat noch gefehlt Auf mein Zeichen Gut, wir haben aber jetzt alle durch Mehr Gegner gibt es hier nicht auf der Karte Zumindest nicht laut meinem Wissen Das Problem ist jetzt einfach Ich weiß halt nicht, wo ich mit meiner Armee hin soll Ich würde tatsächlich sagen, dass ich meine Armee hier unten bunkere Normalerweise ist es ja geplant, dass man mit der Armee da Mit der Armee dann nach oben kämpft Ja, ich weiß was, ich glaube, ich bin da noch mit meiner ganzen Armee dahin Ist doch egal Ich weiß, dass die Musik ist okay leider sind wir hier auch nicht fündig geworden was die riesen spenden angeht leider leider wir können aber ich ja noch schnell dass dieses lager doch zerstörten steinlingen wenn wir wieder lang müssen machen schnell schnell ist ja wirklich noch ein minimales lager hier gut okay ich meine die gegner sind natürlich schon dementsprechend aber also hat dementsprechend viele aber die hauen halt auch rein ja doch drauf junge steht der einfach da macht nichts weil er so voll in die ecke gedrängt wurde hat man doch einiges gebracht scheinbar das auslöschung wenn es auch nicht so aussah aber es hat einiges gekauft tatsächlich ich würde mal sagen das war ich würde mal sagen das war ein lager ein lager wohin soll ich gehen oh shit ja zur ehre auch nie es alter sind ja viele steine naja komm lass mich mal machen ja moin vier schläge das teile stone was ist das teile stone das teile stone würde ich sagen ich würde mal sagen damit haben wir das jetzt auch mal zerstört hier dann würde ich sagen gehen wir mit der armee mal schnell zu twosnig auch wenn das jetzt unglaublich langer weg ist völlig unnötig langer weg aber gut ich glaube jetzt einfach mit meiner armee dahin ich declared ab jetzt alles auf der sache eine de messe aböste es sie sie